Freunde, es gibt eine kleine Planänderung. Ich muss leider sofort ins Rathaus. Es haben sich einige seltsame Begebenheiten in der Stadt aufgetan. Aber kein Grund zur Sorge, sie bekommen bestmögliche Unterstützung. Moin Moin und stillgestanden. Du? Was machst du denn hier? Sergeant Max meldet sich zum Dienst. Ah, da sind sie ja auch schon. Darf ich vorstellen, das ist Sergeant Max. Er wird Ihnen in brenzligen Situationen bestens zur Seite stehen. Ich wurde bereits über alles informiert. Sorgen wir besser schnell dafür, dass diese paramilitärische Bedrohung schnellstens beseitigt wird. Sollen diese kriminellen Individuen eliminiert werden? Nein, nein, vielen Dank. Wie es sich ergeben hat, sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen. Viel wichtiger ist jetzt sowieso, in welches Jahr wir müssen. Hat irgendjemand eine Idee? Wenn ich mich recht entsinne, dann müsste es 1957 gewesen sein. Auf Wiedersehen, Freunde. Seien Sie vorsichtig. Bis später. Hoffentlich. Also dann, wir sollten keine Zeit verlieren. Es sind nur noch neun Stunden. Neun Stunden, um die Welt zu retten. Na gut, dann lasst uns los. Aber ich probiere vorher nochmal den Weihnachtsmann anzurufen. Vielleicht geht er jetzt ja endlich ran. Ho, 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 werte Freunde. Leider bin ich bis in die späten Abendstunden nicht zu erreichen, da ich mich auf einer spielbaren Messe in Deinemark befinde. Aber keine Sorge. Alle Geschenke werden selbstverständlich trotzdem pünktlich geliefert. Ho, ho, ho. Ist das da hinten etwa der neue Turbo-Man? Geilo, soviel dazu.